Stop the fires! Stop the fires! Und damit herzlich willkommen zu Vulcan in der Solo Lane Versuch Nummer 2 Diesmal leider ohne Mimosa Das ist schade Aber diesmal auch ohne Bakasura Und mit Thomas Der Thomas der regelt das Thomas Du machst das So die Gegner haben ne Bastet Das heißt, ich will gucken, dass die net einfach drüber springt Und nen Buff klaut Und das heißt, dass ich defensiv wurde Ähm, wieviel Vision gibt mir das? So, 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 so So hat auch unsere Mitte was davon Es ist ne sehr defensive Anti-Bustead Ward Oh hey, ne Bastet Oh hey, ne Bastet So, ne Kanone für Fenrir, die ihm hilft Ich kann hier gucken Und Bastet Blöd angucken Und Bastet Blöd angucken So Schnell hier den Buff machen Keine Ahnung, warum Fenrir nicht Resettet Aber ich hab beide Bastet bekommen Yay, besserer Start als eben Na ja, Fenrir könnte sich ja jetzt wahrscheinlich in der Wave hoch halten Warum stehe ich da? Warum stehe ich da? Warum lasse ich das zu? Oh oh, oh oh Hm, schade Hm, schade Hm, schade Fenrir hat die ordentlich geharvestet Ich hab eigentlich ziemlich viel Oh Wow Wow Aber okay, die Lane läuft gut für mich Der Gegnerische Jungler hat den Kill nicht bekommen Vielleicht nen Assist, das ist gut für das Team an sich Mein Jungler hat nen Kill während mein Solo-Lane-Gegner gestorben ist Alles viel viel besser Und ich bin sauer auf den Aokang So So Töte nie wieder meinen Jungler, du Arschloch So Töte nie wieder meinen Jungler, du Arschloch So Töte nie wieder meinen Jungler, du Arschloch So 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 Nein, ich will Schuhe. Oder will ich Schuhe? Jetzt ist es eh zu spät. War eigentlich nicht genug Mana für die Wave, war eine fehlentscheidung hierzubleiben. Hm, geht ja noch. Gut. Oh, was auch immer. Bleib ich halt noch eine Wave. Hashtag one more wave. Und Schuhe. Zurück zu lane. Die Macht höchstwahrscheinlich hier ein Buff. Oder der, gegen wen spiele ich nochmal? Kronos, ja der. Ach, du Scheiße. Mach nie wieder meinen Buff. Oh, was auch immer. Schuss! Oh hallo Wukong Oh Hallo ihr Trottel Natürlich ich fick ne 3 man rotation bevor mein team hier irgendwo auftaucht nein die war scheiße gesetzt außerdem geht der da gar nicht hin bleiben die alle hier was denn los könnt ihr jetzt mal rechts alles umbringen könnt ihr den tower machen gut für die ich renne jetzt davon hier sofort heavenly agility hier und die geht man die geht namen gott wooo Oh-ho-ho! Ich wollte ihn nicht töten. Ich werde ihn nicht töten. Unter attack. An ally has been slain. An ally has been slain. An enemy has been slain. An enemy has been slain. Dine right tower is under attack. Deine right tower has been destroyed. Lass meine Freundan ruhen. und ich bin tot das war mein Fehler durch und durch das war Atenas Fehler sicherer spielen, definitiv sicherer spielen ich hatte eine gute Startung gerade wahrscheinlich alles Kronos ist inzwischen Level 11, ich bin Level 12 das geht noch, was auch das soll dazu, kann ich mir was kaufen? Nein, gerade eh nicht 5900 Kronos 5800, 100 Gold Vorsprung ja ist ok ja bedenkt, dass die auch eine Goldfeuer hatten und einen Turm dann ist da alles in Ordnung dann ist doch alles in Ordnung 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 4 3 5 5 5 4 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 7 7 8 7 9 11 9 10 10 10 13 20 15 Deine Oberstauberin hat sich verletzt. Ein Feind hat sich verletzt. Ein Feind hat sich verletzt. Ein Feind hat sich verletzt. Mein Feind ist gebetet. Atena! Ein Feind hat sich verletzt. 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 Ich hab hier keine Wort. Ein Feind hat sich verletzt. Gold Furry? Mhm. Dann flitz ich da mal rüber. Tschüss du Drautle. Ich sagte tschüss du Drautle. Gott sei Dank sind wir ewig weit reingegangen. Oh Gott. Oh Gott. Das ist das Problem. Nicht die gratis Gold Furry, die sie wiederkriegen könnten. Was das ge- Oh Gott. Oh Gott. Anor kann da viel machen. Anor kann da viel machen. Wow. Wow, wow, wow. Na bitte Team, jagt jetzt wieder durch die gegnerischen Dschungel einen Firegiant Team. Oh, gestorben. Wir müssen hier weg. Ich bin nicht Teil eines Selbstmordkommandos, wenn das Team noch immer Firegiant hat. Okay, oder wir töten weiter. Bastard ist da, dann kriegen wir sogar den... Ich hätte nicht retweeten sollen. Ich war nur nicht überzeugt. So, die haben ja ihren Firegiant ordentlich verschwendet. Das freut mich. Über alle Maßen. Na ja, wenn das Team kein Firegiant will, dann sterben sie alle damit. Landingphase ist auch um. Sprich, in der Sohlein gibt es für mich nicht mehr viel zu holen. Da halte ich mich besser ins Team. Und da bin ich gerade absolut gar nicht. Oh, wow. Ah! Krottel! Oh, hei! Ah! 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 Ah 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 Schön in den Dornado reingesetzt Hm An ally has been slain 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 Was zur Hölle war denn da jetzt auf einmal vor mir Groß Adel Großartig Großartig Oh Der nächste Fire Giant in so einem Sandskriegen Wir haben's drauf Your right tower has been destroyed Defend right lane Defend right Phoenix is under attack Minimal nervig der Mist Warum geh ich hier Reinges Nein, 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 nein Eins dann, wow. Ja, das war mein Fehler. Athena Dash wieder rein. Ich bin sehr aggressiv in ihren Dashed. It's over. So ein Quatsch. Elftausend Gold, nur. Ich will doch nicht. Will doch nicht. Nein, ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich wollte doch gar nicht aufgeben. Ich wollte doch gar nicht aufgeben. Naja, ansonsten von Vulcans Seite aus war das ein witzigeres Match. Was in dem Match schiefgegangen ist und woran ich mitschulde, war das, ich einerseits hätte mehr rotieren können, als es auf meiner Lane nichts mehr zu holen gab, und dass wir dem Gegner jedes Objective geschenkt haben. Die hatten, glaube ich, zwei Goldfills, zwei Fire Giants, die einfach nicht contestet wurden, und das ist dann das Spiel. Beziehungsweise nicht contestet werden konnten. In dem Sinne... Ach ja, was wichtig war, äh, Sprint. Sobald es Sprint 2 ist, macht euch immun gegen Slows, Bastards Katzen, Slown ein. Das ist der Grund, warum sie an einem dranbleiben. Wenn man nicht geslowed werden kann, läuft mal von den Katzen einfach weg und es ist sicher. Das dazu habe ich sonst noch irgendwas. Ich glaube nicht. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.